Stauraumfläche bietet das Breeze 2 für zwei Personen definitiv genug. Da kann man die Ausrüstungsgegenstände alle prima platzieren. Was wir feststellen mussten, dass gerade in der Nähe von Seen und Flüssen, wo wir übernachtet haben, die Luftfeuchtigkeit morgens so stark aufgestiegen ist, dass wir unsere Rucksäcke mit den Regenplanen bestücken mussten und darauf sozusagen unsere Schuhe und Kleidungsgegenstände abstellen konnten. Andererseits wurde alles nass. Insofern würden wir uns hier auch für eine Bodenplane aussprechen und würden auch dem Absidenbereich hier drei von fünf möglichen Sternen geben.